Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. Da wir bei Abo Asman sind, kommen wir zu Abo Hamza. Es gab eine Eskalation zwischen Abo Hamza und Nusser. Guck mal jetzt die Version von Abo Hamza, wenn der einen Streit hat. Da siehst du den Unterschied zwischen denen. Weil der ist gerade auch ausgerastet, Abo Asman. Das war seine Macht. Also der erste Bruder kommt zu mir und er redet mit mir. Ihr müsst immer zusammenhalten, dann kommst du und schießt zu dir. Am gleichen Tag auch noch, ne? Guck mal, das ist immer noch diese Position. Der Bruder steht immer noch genauso da. Ich dachte, dieser Youssef und Abu Hamza sind befreundet. Dein großer Bruder sagt immer, hey, halte zusammen, mach keine Faxen. Und du greifst mich hier an und du kennst aber Hamza. Ich lasse dich mein Dings lutschen, ich lasse mein Das lutschen. Jetzt lassen die sich gegenseitig das und diese lutschen. Das ist das ganze Gespräch. Also man muss sagen, aber der Youssef hat eine gute Leistung beim Boxen gebracht. Hat er den Wikinger weggehauen. War nicht schlecht, war nicht schlecht. Also ich würde mich auf einen Rückkampf von Youssef freuen, gegen den Wikinger oder gegen einen anderen. Ja, Abutanga. Ich weiß nicht, Abutanga hat wieder Schittemphreene Dings da. Er hat seine Tabletten nicht genommen, dieser Abutanga. Nächster Kampf. Wir sehen es, Abu Hamza gegen Youssef. Ja, 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 hast du nicht gedacht, dass ich das war. Ich Apotheke zu, ich verstehe, Sonntag. Ja, ich kann dich referieren. Ich gehe raus, Leute. Auf was wartest du noch jetzt? Der Bruder ist immer noch da. Ich gehe jetzt raus. Der hat kurz einmal Brustensatz gemacht. Ich kann nicht mehr trainieren. Ich gehe raus. Auf was wartest du? Auf was wartest du? Wallah. Ich warte auf eine Brüder. Wallah. Aber Hamza, Wallah, er hat nichts gesagt. Aber Wallah. Er hat nichts gesagt. Wallah. Aber eigentlich, Bruder sagt das. Keine Ahnung, du sagst, auf was wartest du. Youssef, ich lasse mich jetzt trainieren, okay? Lass mich jetzt trainieren, okay? Ja, trainier, trainier. Wie geil, so zwei Brüder sind so live und trainieren. Der ist einfach geil. Er wird auch zusammentrainiert. Das ist einfach, du verrückt, Alter. Was für eine Zeit, wie angekommen sind. Einfach live gehen und trainieren. Und dann noch diskutieren. Alles im Heim, Alter. Also, was da genau passiert ist, wissen wir nicht. Und deswegen ziehen wir uns jetzt den Clip von Youssef rein, wo er erklärt, was genau passiert ist, ja? Weil die Frage ist uns ja jetzt offen geblieben. Youssef, was ist jetzt zwischen dir und Hamza? Wallah. Ah, Beton. Beton. Beton ist auch da am Start. Jetzt immer gibt es keinen Hamza für mich, nur noch Abu Tanga. Aber Abu Tanga sagt sowas. Wallah, ich werde jeden Tag, jeden Tag nur respektlos zu ihm sein. Beton will eigentlich jetzt seinen Mund aufmachen und gegen Youssef gehen, so wie ich das sehe. Weil Hamza und Beton sind so, Digga. Jeden Tag, ich nehme ihn nicht gern. Denkst du, ich nehme einen Abu Hamza ernst oder was? Ich kenne ihn seit 20 Jahren. Ich war immer gut mit ihm. Kommt irgendein Internetrambo, er kommt. Er hat gar keinen gefunden, außer gegen mich zu reden, dieser Abu Tanga. Wallah, er soll sich mal schämen. Ich war immer respektvoll zu ihm. Und ich stand immer zu ihm, egal was passiert. Egal was passiert ist. Und... Ja, 20 Jahre Freundschaft, da muss man zusammenhalten, ne? Ist leider, gibt es natürlich manche Menschen, die das nicht wert wert schätzen. Ja, richtig. Bruder, man kennt uns immer zu zweit. Gibt es einige Menschen. Gibt viele. Die mehr Bart als Arsch haben, Alter. Ja, also wenn Abu Hamza das nicht schätzt, dann soll ich euch sagen. Es geht uns ja auch nichts an. Wir wollen auch keinen Fitness zwischen den beiden machen. Jetzt er kommt, er redet so respektlos mit mir. Ab jetzt, ich zeige ihn jeden Tag meine... Ich lasse ihn immer meine... 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 Harte Ansage. Bruder, eine Frage. Was war der ausschlaggebende Punkt? Einfach war nix. Einfach nix wie? Warte, warte, zeig dir, zeig dir, wie er angefangen hat. Hier ist doch auch auf für euch. Der ist doch auch auf... Der hat das sofort per Rat. Freunde, wie geil ist das denn? Der hat das einfach schon so vorbereitet auf so ein anderes Handy. Guck mal hier. Guck mal, warte. Guck mal, guck mal. Ich komme rein. Einfach so hat angefangen. Ich lache noch. Der kommt rein. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Der kommt gerade rein. Assalamu alaikum. Nee, der geht mal nicht rein. Hey, der ist... Amu Hamza bester. Amu Hamza ist echt verrückt, Alter. Ich schwöre es euch, Mann. Aber Yusuf ist ein Bruder. Der ist auch korrekt. Das ist eine Kleinigkeit. Naja, wahrscheinlich ist das auch so. Komm, wir machen ein bisschen hier TikTok-Filme. Ich denke, wir haben Spaß. Ja, aber wie viel noch Ritz an... Ach so, er kommt rein und Hamza schreit direkt los. Aber er muss hier einen Grund haben. Hamza wird das nicht umsonst machen. Irgendwas ist da faul. Ohne Grund, Bruder. Ich frage ihn noch. Na, also... Rittst du mit mir? Wo ist das heiliger? Ich rufe auf draus, wirklich, er ritt mit mir. Du weißt doch, er... Warte, er zeigt das jetzt, warte, er zeigt das jetzt. Bruder, ich bin gerade sprachlos, Bruder. Warte, er zeigt das jetzt. Warte, ich bin auch sprachlos. Warte, er zeigt das jetzt. Warte, er zeigt das jetzt. Halt mal rein. Yusuf, sofort. Halt mal immer so rein. Yusuf, sofort. Und welche... Wallah, Wallah, Wallah. Ich kann ihm sagen, das sieht doch nicht so ernst aus, Loh. Das sieht nicht ernst aus, Mann. Er macht nur so wie sein Gesicht aus, er macht nur Spaß, Mann. Wallah, ich weiß nicht, was auf einmal in ihn geraten ist. Welche Tabletten er nicht bekommen hat, oder keine Ahnung was. Ob wirklich Apotheke, Zugmeiner nicht drankommt. Wallah, er soll mir doch sagen. Ja, er muss sich einig, das ist nicht, ja. Das ist nicht, ja. Wir sind doch müde. Was redest du? So hat doch angefangen. Natürlich, guck du, danach geht noch weiter. Hättest du gesagt, selber hol jemand rein. Danach, ey, bis... Einmal weiter, Engliger. Zeig mal, ja, zeig mal, zeig mal. Sollte Worte kann man doch nicht einfach so sagen. War das unter Gürtellinie? Nein, ich würde nur... Bruder, ich kenne seine ganze Familie von Mutter bis Fabian. Nein, war das alles unter der Gürtellinie? Für uns gegeneinander ist schon unter Gürtellinie, aber das ist auch ein bisschen... Wir können doch nicht so miteinander reden. Du weißt doch, keiner kann so reden. Ich lasse niemanden so mit mir reden. Auch kein Abo-Eri, kein Abo-Tangi, Tangi. Auch, 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 niemand. Bruder, wir laden den gleich an und dann können die Tabletten nicht mehr machen. Ich will mal sehen, wenn einer mit Beton so redet, ob er dann auch so auf Locker nimmt. Oder über Treibung. Wenn einer mit dir so redet, du springst durch Kamera durch. Beton ist in Ordnung. Ja, Beton ist in Ordnung, weil ich meine nur. Wenn einer das zu ihm sagt, der fragt aber nicht. Aber ich finde das so geil, dass der Beton sagt, ich hol den gleich rein, da könnt ihr unter euch reden. Alle Zuschauer muted euch. Unter uns, keiner kriegt das mit. Das bleibt nur, ihr live nur unter uns. Er sagt nicht. Chalas, ihr kennt euch, ruft euch an. Ich hol den live, klärt das unter euch. Das ist so geil. Wir machen den gleich ein, Bruder, alles gut. Bruder, ich weiß nicht, Bruder. Ey, ich geh raus, holt ihr ihn rein. Ich rede gerade nicht so viel, weil wir das uns reinziehen, aber gleich kommen wir zu krassen Sachen. Seid gespannt. Schönen mal ab, Bruder, der ist nicht mal da. Ist er nicht da, aber er kommt rein. Wenn er reinkommt, der schreibt doch schon in die Kommentare. Aber das Video von Pumpkin geht einfach 35 Minuten. Digga, wie viel TikTok-Fitness haben wir denn hier vor uns, Alter? Ich glaube nicht, dass wir das Ganze hier nochmal reinziehen, weil das ist echt... Kannst du ja gucken, wo zum Beispiel Abu Hamza wieder drin ist. Ich spuh mal ein bisschen vor. Ja, und mir bei meinen Sorgen helfen oder aus... Manche Männer, als ein Abu Tangi, ja, sagen wir, guck mal, die, 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 die verkauft nicht die Leute, mit die, mit die sie keine Ahnung gut sind oder keine Ahnung was. Und deswegen gibt er hier 3... Nee, wegen ihrer Wohnung, die hat keine Bibel, Al-Hala, Al-Ala, Amilla, Spende. Und sie hat anders bezahlt also? Ja, sie hat mit ihr Kaffee getrunken. Ich nehm dich in Schutz als islamische Schwester und will jeder über dich redet. BMW, AMG, Kopftuch ausziehen, ich rede immer gut über dich. Abu Malik, Cheikh... Wen meint der? Weiß nicht. Du hast... Akte TikTok? Nee, ich war im Urlaub. Ah, okay. Asiatim, du hast mehr Schminkal, verstanden? Bei Allah, der Arzt gibt dir Geld und der dich ge... Habibi. Hey, ich habe... Ja, ich habe alles über... Ja, ich habe... Ja, ich habe... Ich habe was... Na, diem habe... Da hast du... Wenn mir schwebt... Habib... tha... Diem habe ich... wake'r... Na, die gut vai... ideas internet- Ich habe ginger được die Woche...